Zum Einladen eines neuen Handsenders, Programm-Taste am Dohrentrieb 4 Sekunden drücken, gedrückt halten, Zeichen für Tor auf erscheint, Programm-Taste zweimal kurz hintereinander drücken, WLAN-Zeichen erscheint, Programmier-Taste auf der Rückseite des Handsenders einmal drücken, grüne LED blinkt, gewünschte Handsender-Taste auf der Vorderseite einmal drücken, rote LED blinkt. Programm-Taste am Dohrentrieb noch einmal drücken, Handsender funktioniert. Um die Lüftungsstellung einzuprogrammieren, müssen wir am Dohrentrieb die Programm-Taste 11 Sekunden drücken. Ebene 1 wird angezeigt, mit der Programm-Taste bestätigen, Teilöffnung wird angezeigt, Programm-Taste einmal drücken, Einheit blind, jetzt mit der Plus- oder Minus-Taste das Doh in die gewünschte Position fahren. Und mit der Programm-Taste bestätigen. Als nächstes müssen wir den Funk-Dateilöffnung einprogrammieren, mit Plus auf Ebene 4, mit Programm-Taste bestätigen, 1 leuchtet, Programm-Taste nochmal bestätigen, 1 blinkt. Jetzt die Programm-Taste auf der Rückseite des Handsenders einmal drücken und die gewünschte Taste auf der Vorderseite einmal drücken. Am Dohrentrieb nochmal die Programm-Taste 5 Sekunden drücken, gedrückt halten, Dohrentrieb ist einprogrammiert.